Ein wunderschönen guten Abend, meine Lieben. Mein Name ist die Ausland Krypto Café. Ich bin euer Kryptotainer und meine Spezialität ist es für euch, informatives Entertainment zu bringen. Definitiv keine Finanzberatung. Ja, heute zeige ich euch, so heute rede ich über ein neues Projekt, was schon eine Weile da ist, aber endlich fertig geauditet ist und auch live ist. Und ihr seht anhand der Kurve hier, dass es ziemlich schnell in den letzten Tagen hochgegangen ist und ich gehe persönlich auch davon aus, dass es in der nahen Zukunft noch viel, viel höher sein wird, weil das einfach eine extreme Vereinfachung für Leute sind, die gerne delta-neutral farben. Legen wir los. Das Projekt ist auf Terra und heißt Aperture Finals. Ihr seht hier, aktuell 23 Millionen ist unter der Schwelle, wo ich sage, aber wie gesagt, ich gehe davon aus, dass es vielleicht eine Woche oder zwei Wochen schon mal 100 Millionen sein wird. Was macht das? Dazu müssen wir einmal einen Schritt zurückgehen und nochmal kurz auffrischen. Ich habe extra dazu ein Video in meinem Kanal, werde ich euch unten auch verlinken, aber ich erkläre das nochmal kurz hier, was delta-neutral ist. Delta-neutral ist praktisch, statt mit UST auf Anchor zu farben, das ist absolut neutral. Normal habe ich mehrere unterschiedliche Sachen, die sich gegenseitig ausbalancieren. Ganz einfach erklärt, ich gehe eine Long-Position und eine Short-Position ein. Long-Position heißt nichts anderes wie, ich wette auf den steigenden Kurs von einem Asset, sagen wir einmal Apple-Aktie und Short-Position heißt, ich wette auf den fallenden Kurs von Apple. Und beide bewegen sich natürlich immer gegenseitig. Wenn der Kurs steigt, steigt meine Long-Position, aber meine Short-Position verliert einen Wert. Wenn der Kurs fällt, steigt meine Short-Position im Wert und meine Long-Position fällt im Wert. Beide zusammen addiert, ergibt aber immer eins. Das ist auch so eine Art Hedging-Strategie, was es im Optionsschein und traditionellen Finanzmarkt sehr, sehr oft gibt. Das ist nichts Neues. So, und das Ganze praktisch auf unseren Terra-System bezogen, das wurde damals auch schon sehr lange vorgestellt. Ich glaube, der erste war das Taiki, ich bin mir nicht mehr sicher. Irgendjemand hat das vorgestellt und ich habe mir das damals auch aufgeschnappt und ausprobiert, es funktioniert. Aber es ist sehr aufwendig. Es ist sehr aufwendig, es bedarf viel Pflege, Verständnis und natürlich auch Zeit, dass man das gut beobachtet und auch trimmt. Also es ist nichts für jedermann. So, wie funktioniert das Ganze? Noch mal kurz erklärt. Wir teilen, die haben beispielsweise 90 Dollar genommen. 90 Dollar, weil man es eben in drei Teilen aufteilen muss. Ist einfach so. Eine von den drei Teilen geht man, kauft man, zum Beispiel Apple-Aktien. Zwei von den drei Teilen legt man bei Ankur an, als UST und bekommt man E-UST heraus. E-UST, weil man E-UST braucht, um bei Miro eine Short-Position einzugehen. Man kann an der Stelle natürlich auch E-UST nehmen, aber E-UST ist halt bevorzugter, weil man dadurch weniger der Gefahr der Liquidation ausgesetzt ist, weil der E-UST steigt von selbst am Wert mit der Zeit. So, das ist die Short für die Short-Position, also eine Hälfte. Und die andere Hälfte shortet man, typischerweise diese Apple-Aktie. Beide zusammen ergibt eben die Short-Position. Und ihr wisst, im traditionellen Finanzmarkt, zum Beispiel auch bei Binance oder auf dezentralisierten Märkten und so, ist natürlich, ihr shortet etwas und habt sofort das Geld dafür. Ich shorte Apple-Aktien, heißt so viel wie, ich leih mir Apple-Aktien aus, verkaufe sie sofort, für 100 Dollar und mit der Erwartung, dass die, sag ich mal, je eine Woche bei 50 Dollar sind. Das heißt, ich habe hier sofort 100 Dollar auf der Hand, habe mir dafür jemand anderes in dem Fall von Mirror die Apple-Aktie ausgeliehen, die ich verkauft habe. Und wenn die in einer Woche bei 50 Dollar steht, kaufe ich einfach die Aktie wieder zurück, gebe das Mirror, das ich hier ausgeliehen habe, habe 50 Dollar als Erlös abzüglich den Gebühren in der Hand. So funktioniert das Shorten. Bei Mirror hat es aber diese Eigenschaft, dass du diesen Verkaufserlös nicht sofort auf der Hand hast. Die wollen natürlich, dass die Leute nicht das System gamblen und so. Und so ist es bei Mirror, wenn ihr, sag ich mal, heute die Apple-Aktie ausgeliehen habt und geschortet habt, bekommt ihr erst das Geld, also den Verkaufserlös aus diesen Short-Positionen nach zwei Wochen raus. Das ist das hier, ja. UST Short Proceed, das bekommt man nach zwei Wochen raus. Und das legen die als Liquiditätspaar mit der Long-Position, zum Beispiel April-Aktien, zusammen auf Terraswap oder auf Astroport hinter und bekommen darauf eben diese Liquiditätsbonus oder Liquiditätserlöse. Das bildet insgesamt die Long-Position und auf der anderen Seite habt ihr die Short-Position und das zusammen ist die Delta-neutrale Strategie. Das ist kurz zusammengefasst und ihr seht schon, es gibt sehr, sehr viele bewegliche Teile. Und das machte die Strategie eben komplex, zeitaufwendig und risikoreich, ja. Auch wenn es theoretisch Delta-neutral ist. So, und das haben die sich natürlich vorgenommen als Smart Contract umgesetzt. Und jetzt hat man hier ein Produkt, in dem man mit einem Klick diese ganzen Creams-Krams direkt umgesetzt bekommt. Und jetzt fragt ihr euch, warum sind diese Button hier ausgeschaltet? Das hat damit was zu tun, dass ihr auf Miro diese ganzen Dinger nur traden könnt, ne. Wenn ihr auf Trade geht, das seht ihr schon, ne. Wenn ich zum Beispiel auf Apple gehe, dann kann ich Apple jetzt nicht traden, ja. Ich kann zwar mein Wallet connecten, aber ich kann es nicht traden. Das hat den Grund, das steht auch auf deren Seite, dass die synthetischen Aktien natürlich nur dann getradet werden können, wenn die entsprechenden Märkten, in dem Fall zwar US-Märkte, als Aktienmarkt geöffnet hat. Ja, weil die müssen ja die Kurse irgendwoher beziehen. Und so ist es, ne, zeitlich begrenzt, in welchem Zeitraum, ich glaube das ist 9 Uhr bis 17 oder 18 Uhr, irgendwie sowas in der Art. In dem Zeitraum könnt ihr diese Aktien traden und entsprechend auch auf Miro die kaufen und verkaufen. Und da dran angepasst ist natürlich auch jetzt so, dass ihr die Aktien nicht kaufen könnt, ja. In einem Zeitraum, wir haben jetzt aktuell Samstagabend, klar, funktioniert nicht. Aber, ne, alles was nicht mit Aktien zu tun hat, man kann natürlich auch die synthetischen Bitcoin, oder synthetischen Polkadot, Ethereum und so weiter, die kann man jederzeit handeln, ja. 24x7 ohne Einschränkung. So, und wie funktioniert das Ganze? Ich habe das mal testweise für euch gemacht, ja. Ich habe einfach mal Ethereum genommen. Ich empfehle an der Stelle, ich meine, die 30% API, das macht wirklich nicht viel aus, ja. Und ihr seht auch bei Aktien, man kann auch problemlos in Richtung 40% kommen. Und Aktien ist dann tatsächlich meine erste Empfehlung, wenn ich da tatsächlich Geld anlegen würde, weil Aktien einfach eine viel, viel, viel geringere Schwankungsbreite haben, ja. Ihr könnt, wenn ihr wollt, mal nach dem WIX Indikator googeln. Das ist praktisch der Indikator für die Volatilität eines Objekts, ja, oder eines Assets. Und da könnt ihr eben zum Beispiel diese ganzen Dinge mal miteinander vergleichen. EMD, Amazon, zum Beispiel über Wochen, über Monate, wie die Volatilität ist. Und daran kann man schon sehen, ne, dass die Aktien in der Regel eben viel, viel geringere Volatilität haben. Das heißt, bis man zum Beispiel beim Apple-Aktien mit 100% ausgenockt wird, oder in Gefahr kommt, ausgenockt zu werden, das kann Jahren dauern, ja. Nichtsdestotrotz, ich habe mal eine Ethereum-Position für euch testweise eingegangen, ja. Man klickt einfach auf Invest, ne, wenn die Börsen aufhaben bei den Aktien auf Invest, gibt hier die Menge an, die man investieren will, als in Form von Stablecoin, ja. Ja, zum Beispiel, ich habe jetzt nichts mehr im Wallet. Ah, 2000 ist Minimum. Gut, darauf muss man achten. Man hat ein gewisses Minimum-Investment. Und dann kann man noch hier sehen, wie viel Fees normalerweise angezeigt wird, ja. Die wird zum Beispiel angezeigt, das hat bei mir ziemlich stark geschwankt, irgendwo zwischen 1 und 4 Dollar beim Non-Aperture, das sind eben die Fees, die im Smart Contract beinhaltet sind, ja. Weil es werden ja im Hintergrund, ihr kennt ja diese viele Schritte hier, die müssen ja alle gemacht werden, ja. Und das sind die Fees, die von externen Plattformen abhängig sind, die sind aber nicht vom Aperture selbst, ne. Die nehmen von den Performance, das heißt von den Gewinne, die erwirtschaftet 10%, das heißt, wenn, sag ich mal, 60% unten steht, sind es eigentlich, ne, richtigerweise 66%, aber die haben 10% on top runtergenommen, für sich selbst, ja. Also nicht von deinem Kapital, sondern von deinen Gewinne nehmen die 10%. Ich habe damals, ähm, vorhin bei mir, ähm, für Ethereum so eingegeben, dass ich erst bei 100% Bewegung ausgenockt werde, ja. Ich denke, das ist, ähm, ja, überschaubar, definitiv. Da kann man zwei, drei Wochen drinbleiben, ohne es tatsächlich was viel passiert. Und mit diesem, diesem Hebril könnt ihr eben selbst die Gefahr einstellen, ja. Aber ihr seht, bei Ethereum, das ist das mal der Fall, selbst wenn ich ganz, ganz hohe Gefahr eingehe, ja, wenn sich der Kurs um 3,3% bewegt, könnte ich ausgenockt werden, oder liquidiert werden, dann habe ich auch nur 10% mehr Rendite, ja. Und wenn ich die, die, das Risiko auf das geringste einstelle, ja, 167%, das heißt, Ethereum müsste schon bei 10.000 etwa stehen, äh, nicht 10.000, bei 7.000 etwa. Das sind auch nur 51, ne, also die Differenz ist so sehr minimal, ja. Das heißt, nur wenn ihr da reingehen wollt, entscheidet für euch, wie viel Risiko. Und dann einfach Invest drücken, fertig, ja. Und ihr seht, bei mir war das auch, ich habe exakt 2.000 hinein investiert, um zu testen für euch, ja. Momentan ist mein Portfolio, ähm, circa 1.997 aus 968 wert, weil so viel einfach, ne, bei der ersten Anlage als Gebühren draufgegangen sind, ja. Ich werde das auf jeden Fall auf dem Laufenden halten für euch, ja. In dem Yield Farming Kanal auf unserem Discord regelmäßig werde ich das reinposten, ähm, der zweite Punkt ist, die, äh, diese Liquidationsrisiko ist tatsächlich viel, viel weniger, als wenn ihr selber auf Miro anlegt. Und zwar haben die hier, ja, ein Rebalance und Liquidation Protection. Ähm, das Ganze, muss man verstehen, das ist nicht on-chain, ne. Das heißt, diese Rebalancing, ja, eure Position, das findet alle 5 Minuten statt, wenn es, äh, die sagen, dass wenn es um 5%, glaube ich, oben und unten rausläuft, dann rebalancieren die das, und, äh, ne, 3% sogar nur, ja. Und das Liquidation ist auch, wenn sich die Position in Richtung einer Liquidationsschwelle bewegt, dann nehmen die, ne, Kapital aus der Longposition raus, verkauft das, ja, und füllt das wieder auf, damit ihr weg von der Liquidationsschwelle kommt. Und das Ganze läuft auf Amazon, ähm, Amazon Web Services, ja, auf eine Cloud Service, und von dort aus wird es eben alle 5 Minuten überprüft und angepasst. Ähm, ist, ja, man kann jetzt natürlich sagen, okay, das ist jetzt nicht mehr on-chain, das ist nicht mehr dezentralisiert, aber ich denke, für, für den Zweck, ja, wenn es, wenn es passt, soll es so sein, ja, aber mich stört es persönlich nicht, ne, das steht hier alle 5 Minuten auf Amazon Web Services, aber, ja, sollte man im Hinterkopf haben, das heißt, theoretisch könnte natürlich Amazon aus irgendeinem Grund, ob das der regulatorischen Grund oder was auch immer, ne, ihr wisst ja, äh, die SEC hat es ziemlich auf, äh, Doquan und Mirror Protokoll vor allem abgesehen, weil es eben synthetische Assets sind, ja, die sind der Meinung, das sind halt Securities und so weiter, und das heißt, theoretisch, ne, könnte es natürlich sowas kommen, wie, die sagen, okay, alle, ne, die dürfen nicht damit was zu tun haben, oder, ne, da gehe ich zwar nicht davon aus, aber im schlimmsten Fall kann es kommen, und dann müssen die natürlich das woanders hinziehen, ja, aber es gibt auch andere genug Web Services, die sowas hosten können, aber auch da mache ich mir jetzt mal keine Sorgen, ja, hier gibt es noch eine Day-by-Day, ähm, ihr seht, es gibt eine On-Ramp, das heißt, am Anfang, in den ersten 14 Tagen ist natürlich die Rendite sehr gering, ja, das hat einfach was damit zu tun, weil in den ersten 14 Tagen, die können nichts dafür, ja, haben wir gerade gezeigt, na, wo haben wir das, genau, in den ersten 14 Tagen ist das Geld nämlich nicht da, ja, aus dem Short-Verkauf, erst nach 14 Tagen kommt das Geld vom Mirror, und die können erst dann die Long-Position in Form von LP-Paar aufbauen, und dort, ne, ihr wisst, beim Long-Position-LP-Paar verdient mal nur 20, 30 Prozent in der Regel, das heißt, da können die nichts für, äh, und, wenn man sich das mal anguckt, in den ersten 14 Tagen wird, also die Rendite relativ gering sein, und danach kommt ein ziemlich hoher On-Ramp nach oben, und dann, da ist die Rendite dann stabil, ja, das ist nur so ein Beispiel-Grafik, an, von eines der Werten, und, ja, das war es eigentlich auch schon, als, äh, kurze Vorstellung von Aperture, also, ich halte ziemlich viel von dem Projekt, und, ähm, empfehlenswert ist auch mal zu sehen, für jede einzelne Strategie, ja, haben die Audits, ähm, und wenn da zum Beispiel neue Strategien herauskommen, ja, das ist auch deren Anspruch, die haben gesagt, die Plattform ist so gebaut, dass jeder praktisch neue Strategien da drauf umsetzen kann, ja, was kaufen, was verkaufen und so, wenn man hier auf die Strategien klickt, dann seht ihr hier, ne, Code ist Open Source, Security Audit is completed, äh, das wäre das Mindeste, was ich davor, ähm, davor, voraussetze, bevor ich da hinein investieren würde, ja, das war's, denkt dran, Daumen hoch, Daumen runter, kommentiert, abonniert und die Klingel nicht vergessen, es kommen einiges an guten Content in den nächsten Tagen, obwohl ich selbst, ne, nicht da sein werde, hab ich alles für euch vorbereitet schon, und, ähm, damit ihr nichts davon verpasst, bis dann, mein Name ist Ji aus dem Crypto Café, ciao, ciao.